Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich wollte mal gucken, ob wir jetzt hier die Möglichkeit haben, den Bär irgendwie zu wecken. Mal gucken. Lieber Bär, wachen Sie bitte auf. Warte mal, zu kitzeln. Moment. Ey! Ha! Hey, Großer. Ja, du hast auch lange geschlafen. Das stimmt. Und er schläft jetzt wieder. Also, es gibt nichts zu tun, außer zu schlafen. Aber, kann ich ihn von Schnee befreien? Ich möchte dich gerne... Warte mal, kann ich ihn nochmal wecken? Ne, der bestimmt nicht, oder? Wache auf, mein Großer. Okay, wir machen jetzt weiter. Okay. Okay. Moment, kann ich wieder hier... Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob das... Ach, guck mal, hier funktioniert es nicht. Aber, das ist eher... Ich sehe es gerade, wir müssen es eher hier öffnen, okay? Ja, ich würde erst mal hier gucken wollen. Okay. Da rutsche ich bei den... Aua! Bei den Dingern rutsche ich runter. Okay. Oh, nee. Ich hoffe, ich kann ihn... Oh! Okay. Oh! Ich dachte eigentlich, dass ich damit den Bär treffe. Moment, 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 Moment. Blitz. Okay. Okay. Ah, guck mal, wir haben doch Flammen, äh, warte mal, wir haben doch hier Flammen, die scheinbar aber nix bringen, dachte, damit könnte man jetzt hier Eis zerstören, ich denke mal, dafür bräuchten wir noch eine, uns fehlt noch irgendwas, oder wir haben jetzt hier Regeneration, das wird eigentlich mal nix bringen, oh, irgendwas fehlt uns hier noch, okay, wir können jetzt momentan hier noch nix machen, gut, dann werden wir mal hier runter machen, und dann mal gucken, was wir hier so schönes finden, okay, komm, Tötervieh jetzt, äh, jawohl, hä, okay, wow, gut, hab ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber okay, ähm, nehmen wir mal hin, machen wieder Regeneration rein, Ah, okay, 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 mehr ist hier unten in der Höhle nicht, okay, Moment, 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 Moment es ist aber die große frage aber es ist die große frage was können wir damit anfangen wir haben jetzt hier unten zwar für moment oder leute da haben wir jetzt hier unten hier oben auch weniger schnee wir holen uns erstmal hier die lebenszellen okay okay damit können wir auch hier unten das tor öffnen sehr schön okay da haben wir das schon mal ich würde aber noch mal ganz kurz was bringt mir jetzt das hier ist es echt zu deko zwecken hier das ding ach so okay verstehe die geisterkugel haben wir auch so jetzt wird schon mal ganz kurz gucken wir haben jetzt ein paar mehr wege von hier aus welchen weg immer zuerst ich würde sagen wir gehen zuerst nach oben wo wir noch gar nicht lang können glupo gib mir mal die karte mein guter oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja okay interessant okay hier kommen wir überall noch also ich denke mal ich würde trotzdem soll ich noch mal kurz da gucken gehen komm wir gehen nochmal kurz da gucken dass wir jetzt hier sonst wie weit machen und das ist hier alles schon aufgetaut jetzt hier ist noch hier ist noch hier ist noch mal kurz der hier ist glücklich dort 200 dijo okay ich glaube ja genau damit haben wir das kleine stück hier noch sehr schön nein aua lass los du eklische pflanze okay da haben wir das hier auch noch geklärt wunderbar siehst du mal ne es war falsch falsch abgebogen sorry ich muss hier lang so jetzt halten wir uns erstmal und ich würde sagen jetzt ist die große frage er soll man erst mal hier hoch gehen oder sommer und wir können erst mal runter gehen würde ich sagen wir können auch runter gehen gucken was hier alles auf uns wartet okay ja mal wieder ein kessel verpiss dich ok da kommen wir warte mal kommen wir ein bisschen schneller wenn wir so machen ok was könnte man ok bitte was wir müssen das bisschen ok wir müssen das bis dahin lenken das wird da richtig lustig ok geschafft aber hier ist noch eis moment nee also falsch falscher winkel ok da müssen wir es anders machen da müssen wir es in zwei machen da ist einmal so blöde aus gut jetzt kommen wir einmal ich habe ein ganz doofes gefühl hier mit dem ding hier ne boah ich hoffe jetzt nicht dass wir das ding bis hier hoch lenken müssen das wäre echt heavy ok das ok da verstehe ich hier bekomme die schneefähigkeit die große frage Nummer die nächste ah jetzt ist das Angst ist ich glaube hier kommen noch gar nicht weiter aber okay ich dachte gibt es ein hebel jetzt okay hier kommen wir glaube zumindest weiß ich mag geht das scheiße aber moment warte mal ich dachte man kann das feuer noch ein bisschen weiter schicken okay das heißt wir werden jetzt noch mal hier das feuer holen das ist echt nichts für mich das war komplett falsch das wird nie besser okay das reichne wieso muss ich eigentlich immer sachen ausprobieren wollen mensch okay jetzt haben wir wieder feuer lasse mich los blöde arschkuh okay jetzt haben wir wieder voll voll das heißt irgendwas fehlt uns hier noch und das hier zu öffnen und den windkanal zu öffnen freizulegen ich weiß noch nicht so ganz wie aber wir werden da schon herausfinden das heißt wir werden jetzt nach oben gehen wir haben langsam echt gehen aber so was heißt wir haben lange kein mal mehr wir haben kein mal mehr das ist echt ein bisschen doof okay nee lass mich los man oh scheiße ach man kann sie mal kurz aufhören zu schießen ganz kurz danke und ich sage jetzt nicht das kriegt man das kriegt man hier in die kapitel warte mal ich brauche den glaube ich glaube noch mal moment ich würde gerne mal hierhin ey golek erz sehr schön okay ah Da oben kann ich aber scheinbar noch gar nicht lang, aber ich versuche es. Ne, ne, kein. Ne, hier brauche ich glaube ich die Fähigkeit, dass wir durch Schnee schießen können. Schnellen können, okay, ähm, hi! Oh oh! Oh, statt, das Vieh greifelt jetzt an, ey! Oh ne, ich hoffe natürlich nicht, dass es jetzt ihre Heimat hier oben noch ist. Ah ne, wenn ich jetzt schon die Kamerasicht sehe und die Dinger hier sehe, ne? Ich habe ja irgendwie ganz blödes Gefühl. Oh! 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 Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so richtig gesehen, wo ich das hinschießen muss. Das war sehr schlau von mir. Aber wie komme ich hier? Okay, das Eis muss. Ja, okay. Es ist die große Frage, wo das Ding ist. Ich habe das jetzt null gesehen. Reicht das vielleicht einfach hier hin, hier runter zu schießen? Ah, okay, da. Okay. Da müssen wir uns hinschießen. Eigentlich so schwer ist es hoffentlich nicht. Was? Oh Mann. Eigentlich. Ich habe gesagt, eigentlich ist es nicht so schwer. Schieß immer zu weit runter, ne? Der Winkel ist von mir immer kacke. Warum ich das auch immer wieder mache? Aber ich mache es halt immer wieder. Das war nicht so schlau. Das war noch dümmer. Okay, ich fange immerhin hier oben an. Warum tue ich das? Kann mir das jemand mal erklären? Warum tue ich das? Mann, das ist doch gar nicht von mir wirklich geplant. Okay. Lass mich raten, hier oben, das muss ich alles wieder neu einsammeln. Scheint nicht so zu sein. Okay, wir werden jetzt erstmal hier... Ey, ne? Ich mache so dumme Winkel immer wieder. Ich lerne da aber auch nie draus, ne? Ich mache die immer wieder. Das ist ja das Schlimme bei mir. Mann, Mutti! Ich mache die Winkel immer viel zu niedrig. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, ich mache jetzt einen ganz spitzen Winkel. So, hier. Dann. So. Ach. Hilft halt wirklich, ne? Damit hätte ich jetzt Null gerechnet. Ey, komm hier durch. Ah! Ich wollte gerade fragen, was soll ich denn hier oben? Aber ja, gut. Das macht natürlich Sinn. Was soll ich denn hier oben? Hammer. Okay, wunderbar. Haben wir. Damit haben wir alle Schlüssel, ne? Eine Sache wollte ich noch mal ganz kurz angucken. Das war das hier. Aha! Es ist mir nämlich vor dem Bein runterfallen die ganze Zeit aufgefallen, dass hier irgendwie... Seht ihr das? Guck mal hier. Dieses kleine Vorsprung ist mir die ganze Zeit schon aufgefallen. Ähm, warte mal, wenn wir hier hoch... Haben wir hier noch irgendwas? Ne, ne? Okay, hier haben wir nichts mehr. Nur den wunderschönen Wasserfall. Ah, das sieht aber echt geil aus, ne? Ja, und was uns hier hinten erwartet, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin haut rein und tschüss! 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 Tschüss!